Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um euch dieses Ergebnis zu präsentieren. Ich werde heute vorab ankündigen, wie der nächste Spieltag ausgeht. Und ich habe tausende Experten befragt, alle natürlich in meinem Kopf. Und wir sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Jo, das also meine Tipps für den nächsten Spieltag. Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg. Arminia Bielefeld, ich rechne eigentlich damit, dass die Bielefelder auch absteigen werden. Tatsächlich sind für mich der erste Kandidaten neben uns, die mit runtergehen. Und ja, da würde ich jetzt einfach mal ein 1-0 für den SC Freiburg tippen, beziehungsweise 0-1. Deswegen, ja, die Freiburger sind einfach besser drauf, sind deutlich höher in der Tabelle und haben auch mehr Momentum durch die letzten Spiele. Deswegen, absolut, da werden sich die Freiburger durchsetzen. Dann Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Und da habe ich es mir nicht ganz so einfach gemacht. Denn, naja, Hertha steht eigentlich unten mit drin. Hat jetzt gegen Bayer Leverkusen allerdings 3-0 gewonnen. Gut, die Leverkusener sind auch überhaupt nicht gut drauf gewesen. Haben wir auch gegen uns gesehen. Das war wirklich auch kein gutes Spiel, was sie gegen uns abgeliefert haben. Aber, naja, die Herthaner, die berappeln sich so ganz langsam. Und ich glaube, es wird tatsächlich sogar für ein Unentschieden dann reichen in dem Fall. Der nächste Klub ist Eintracht Frankfurt. Und der tritt zu Hause an gegen VfL Wolfsburg. Und, ja, es treffen da die zweitbeste Offensive und die beste Defensive der Liga aufeinander. Also viele Tore sind tatsächlich nicht zu erwarten. Aber, ich denke, die Frankfurter werden sich sogar durchsetzen. Obwohl sie noch hinter den Wolfsburgern in der Tabelle stehen. Ich glaube, dass sie mit ihren offensiven Leuten da auch wirklich die Wolfsburger Festung knacken können. Und deswegen sage ich 2-1. Dann Bayern München gegen Union Berlin. Und, ja, Bayern, ich glaube, irgendwann sind sie jetzt auch mal wieder fällig. Die haben die letzten Spiele eigentlich allesamt gewonnen. Irgendwann sind sie wieder fällig. Jetzt kommt allerdings Union Berlin. Und ich glaube, da ist es noch nicht so weit. Ja, ich glaube, die Bayern werden gewinnen. Trotz dessen, dass Robert Lewandowski nicht mit dabei ist, werden sie 2-0 gewinnen. Und, ja, da lege ich mich fest. Und, wie gesagt, es wird so kommen, Leute. Es wird so kommen. Dann VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Also, die Stuttgarter sind, ja, durchaus eine tolle Mannschaft diese Saison, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir richtig gut. Unser Erzrivale ist ja jetzt rausgeflogen in der Champions League. Und da läuft es generell nicht rund. Also, die eine oder andere Nicklichkeit, die sich da auch die Spieler mittlerweile leisten, siehe Marco Reus. Ich glaube, dass dieses Spiel tatsächlich jetzt auch verloren wird. Und dass die Stuttgarter sich durchsetzen werden. Ja, dass es nochmal etwas weiter runter geht. Okay, dann Schalke 04 gegen Augsburg. Ja, und ich bin nach wie vor Schalke-Fan. Und hoffe, dass meine Mannschaft gewinnt. Und dementsprechend ist dieses Mal auch wieder mein Tipp ausgefallen. Ich hoffe auf das Beste. Und ich tippe 1-0 für Schalke 04. Ich glaube, wir holen unseren zweiten Saisonsieg dieses Mal. Warum? Ich denke, Klaas-Jan Hünteler wird richtig, also, bringt nochmal wieder eine ganz andere Energie jetzt mit rein in die Mannschaft. Und er performt, obwohl der Rest der Mannschaft nicht performt. Und das, ja, macht mir wirklich Mut. Und, ja, ich kann mir vorstellen, dass Schalke jetzt doch das eine oder andere Spiel tatsächlich auch noch gewinnen wird. Okay, dann Werder Bremen gegen RB Leipzig. Und da ist, naja, RB Leipzig natürlich die eindeutig stärkere Mannschaft. Da machen wir es mal kurz. Da habe ich 0-2 getippt. Dann der 1. FC Köln gegen Mainz 0-5. Und da ist es so, dass die Mainzer, naja, den Abstiegskampf, glaube ich, noch am besten mitverstanden haben unter den Mannschaften, die jetzt unten stehen. Die Mainzer, die waren ja ganz lange auf einem Niveau gespielt, das wirklich unterirdisch war. Also, ähnlich wie Schalke. Aber schon seit längerer Zeit kämpfen sie wirklich und haben sie in der Rückrunde tatsächlich auch verstanden, worum es geht. Und deswegen glaube ich, dass die Mainzer sich auch durchsetzen werden. Wenn gleich sie auswärts spielen. Und dann haben wir noch die TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen. Und ich glaube, das wird kein schönes Spiel. Ich glaube, die Hoffenheimer sind diese Saison sowieso nicht bekannt für ein schönes Spiel. Die Leverkusener haben gezeigt gegen Schalke, dass sie nach wie vor nicht auf dem Niveau spielen, wo sie eigentlich spielen könnten. Und deswegen sage ich, geht dieses Spiel 1-1 aus mit wenig Toren. Und ja, ich habe generell sehr, sehr sicherheitsorientiert, glaube ich, getippt. Also sehr viel. 2-1-1-1-0-1. Ja, genau. Keine einzige Mannschaft trifft bei mir 3-0. Ist aber meines Erachtens nach auch wirklich eine Entwicklung vom deutschen Fußball, den er genommen hat. Ich finde, es fallen nach wie vor immer weniger Tore wirklich in der Bundesliga. Beziehungsweise spielen immer mehr Mannschaften wirklich immer auf Sicherheit. Und vielleicht ist das aber auch nur ein subjektiver Eindruck jetzt gerade von mir. Okay, kann ich jetzt auch nicht mit Zahlen tatsächlich belegen. Müsste ich mir nochmal zugute führen. Okay, das war's für heute. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo und hau rein. Ciao. Vielen Dank.